Musik Ich bin Manuel und arbeite als Regionalentwickler an der Eurag in Bozen. Dort betreue ich das Projekt Südtirol Radweg. Der Südtirol Radweg verbindet als Mehrtagestour die sieben Städte, des Südtirols und gibt Einblicke in das quirlige Alltagsleben und die Naturlandschaften. Musik Mit dem Projekt Südtirol Radweg soll das Angebot an Radtouren weiter ausgebaut werden. Südtirol und Rad, das passt irgendwie ganz gut zusammen und es gibt viele Möglichkeiten und Initiativen, um Südtirol noch radfreundlicher und ökologischer zu machen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Musik 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 Musik